Supermarkt Samstag bei ProbierTV und bei dem heutigen Bier war ich mir ganz, ganz sicher, dass es schon am Kanal ist. Ihr habt mich davon überzeugt, es ist noch nicht da. Jetzt kommt das schwächerte Zwickel, wenn ihr dranbleibt. Hey, super, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bester Gesundheit und habt richtig Lust auf den heutigen Supermarkt Samstag. Wenn ihr grundsätzlich Lust auf Biervideos habt und nicht nur die Supermarktbiere am Samstag sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Wir arbeiten uns gerade auf 5000 Abonnenten zu und es wäre toll, wenn wir das gemeinsam schaffen würden. Es sind viele von euch, ich sehe das immer, die noch kein Abo haben. Kostet nichts und unterstützt mich halt einfach ein bisschen bei meiner Arbeit und ich sage danke dafür und freue mich, wie gesagt, dass ihr heute mit dabei seid. Ich erfülle einen Wunsch, nicht nur von einer Person, sondern ich glaube, ich habe in den letzten sechs Monaten zehn Nachrichten bekommen. Ich soll doch mal das schwächerte Zwickel ausprobieren, weil das ja für schwächerte Verhältnisse hat ja einen schlechten Ruf, die schwächerte Brauerei. Also dieses Baustellen- und Maurerbier. Aber meiner Meinung nach A zu Unrecht und B gibt es mindestens zwei Biere aus der Schwächerte Brauerei, die wirklich auch überregional sehr, sehr erfolgreich sind und sehr, sehr beliebt sind. Und das ist zum einen das Wiener Lager und zum anderen eben das Zwickel und man sieht auch schon, das hat nichts mit einer Dose zu tun. Die gibt es in dieser Nostalgieflasche und ich muss sagen, es war auch gar nicht einfach, die zu bekommen. Ich wusste in meinem alten Merkur, da hat es die gegeben und da habe ich mir gedacht, na gut, die wird es auch bei den anderen Lebensmitteleinzelhändlern geben. Ich musste tatsächlich wieder zu einem Merkur fahren, weil ich habe das Bier in den anderen Supermärkten nicht bekommen. Also Supermarkt-Samstag, aber mit quasi erschwerten Bedingungen und ja, schwächerte Zwickel. Ich meine, schwächerte Brauerei, gibt es ein eigenes Video hier auch im Kanal, ich will gar nicht zu viel sagen. Aber Ende des 19. Jahrhunderts, die größte Brauerei der Welt mit, die haben damals die Brauerei Triest gekauft, die Brauerei Michelob in Saatz. Also war richtig ein großes Brauimperium, was hier seinen Ursprung mit den diversen Drehers in Schwächert hatte. Das Schwächerte Zwickel gibt es seit 2003 in dieser Retroflasche, also das sind jetzt auch schon wieder 18 Jahre, also es wird gerade volljährig sozusagen. Und 5,4 Volumenprozent Alkohol hat es, 12,5 Plato und Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Hefe. Weizenmalz ist also auch mit drin, wird sicher nachher das Wort Körper fallen, beziehungsweise Vollmundigkeit und wir werden mal sehen, was das Weizenmalz da so Positives bewirken kann. Natürlich eine eigene Bottlecap dafür, wenn schon schöne Retroflasche, dann auch mit eigener Kappe und ja, dann angesetzt und auf damit. Was ist denn das eigentlich, halb Liter? Also es schaut ein bisschen mehr aus, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gerade über den Blick, ob das so 0,675 oder fast schon 0,7 ist, aber es ist eine halb Liter Flasche, wirkt tatsächlich ein bisschen mehr. So, dann rein damit. Und ich wäre jetzt auch schwer enttäuscht gewesen, wenn wir da nicht auf ein trübes Bier geblickt hätten. Und liebe Grüße an der Stelle an den Andi Urban, der mich ja damals in der Schwächter Brauerei auch so herzlich empfangen hat und wir geschaut haben, wie das Bier dort gebraut wird. Und wie gesagt, es gibt ein Video und ich blende das dann hier oben schnell mal ein, wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal an. Da gibt es viele Informationen dann auch zu Anton Dreher und dem Lagerbier. Das Zwickel, würde man sagen, eine schöne sonnengelbe Farbe, hat schon, also jetzt im modernen Terminus, es geht schon so ein bisschen in die Juicy-Milkshake-Richtung. Wobei man wahrscheinlich in den Kreisen, in denen das Zwickel getrunken wird, mit diesen Begriffen nichts anfangen kann. Aber, also das ist sehr gleichmäßig in der Trübung, hat einen schönen anderthalb Fingerbreiten weißen Schaum und schaut mal, wie der am Glas hängt. Also, ich möchte es fast sagen, also die optischen Bedingungen sind schon mal hervorragend. So, jetzt haben wir, was die Nase sagt. Also, es ist jetzt keine Aromabombe, das will es und muss es ja auch gar nicht sein. Es hat so ein bisschen zitrussige Noten, das gehört auch dazu. Bisschen hefig, bisschen malzig. So getreidig, brotig. Aber, wie gesagt, nicht so intensiv. Und dann probieren wir es einfach mal. In diesem Sinne, cheers! Also, es geht erst mal sehr dezent malzig-getreidig los. Das ist auch zu erwarten gewesen. Es ist sicher kein Bier, das jetzt seinen Charakter über den Hopfen bezieht. Aber es hat auch eine schöne, leichte Hefenote für mich. Zitrusnoten, umspielen so ein bisschen. Die Zunge sind allgegenwärtig. Kommt auch eine, ja, leichte Bittere mit rein. Aber wirklich sehr dezent. Eine milde Süße auch. Hat eine nicht so präsente, aber doch auch erwähnenswerte kräuterige Hopfennote. Und man merkt schon, und das ist das, was ich ja auch angekündigt habe, so in diesem Zusammenspiel mit auch diesen hefigen Noten und eben mit dem Weizenmalz entsteht ein sehr, sehr eigenes Mundgefühl. So eine leichte Säure auch mit dabei über die Zitrusnoten. Und das ist schon sehr typisch eben auch für diese Zwickel- oder Kellerbiere. Aber eben auch das, was es dann nachher so erfrischend macht und was diesen Bieren halt eben dann diesen speziellen Charakter gibt. Vom Körper her würde ich sagen, sind wir noch im stark schlanken Bereich. Aber ich glaube, das kann man noch als schlankes Bier bezeichnen. Schöne mittlere Kohlensäure, sehr fein gehalten, esenig süffig, frisch, durstlöschend. Das sind alles Attribute, die ich, glaube ich, diesem Bier problemlos mitgeben kann. Und hinten raus wird dann die Bittere tatsächlich ein bisschen stärker. Die Säure kommt auch ein bisschen mehr auf. Der kräutrig-grasige Hopfen, ein bisschen Zitrusnoten, also all das bleibt. Aber wie gesagt, die Bittere nimmt dann doch ein bisschen zu und lässt dieses Bier dann sehr, sehr gefällig ausklingen. Also ich muss sagen, Wiener Lager haben wir ja schon am Kanal gehabt. Ich schäme mich fast dafür, dass es jetzt erst kommt. Schwächerter Zwickel von ProbierTV gibt es dafür vier von fünf möglichen Punkten für das schwächerter Zwickel aus der 05er-Retro-Flasche. Und damit beschließe ich diesen Supermarkt-Samstag. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers. Musik 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 Musik